Dieses Video wurde auf Wunsch von IngaTheFangame gemacht. Was für ein Name. So, du willst also wissen, wie man ein richtiger Otaku wird? Da kann ich dir helfen! Doch erst einmal, was ist ein Otaku? Mit Otaku bezeichnet man im Japanischen die Fans, die großen Maß an Zeit und Geld für ihre Leidenschaft aufwenden und ihr mit großer Neugier nachgehen. Es wird ähnlich wie das englische Wort Nerd oder Geek benutzt. Quelle Wikipedia. Mittlerweile ist es einfach nur die Bezeichnung für Anime-Fans und alles, was damit so verbunden ist. Japanisches Zeug und so. So viel zu dieser trockenen Theorie und nun wollen wir da hinkommen. Schritt 1 sind die Animes. Um Fan davon zu sein, sollte man schon so ein paar davon gesehen haben. Also, ein paar. Was das für eine Scheiße. Warum können die Menschen in Animes fliegen? Warum haben die dort Dila blaue, grüne, blaue, sammlere Haare? Egal, ich bin ein wahrer Otaku. Und natürlich gefällt mir das. Ja, dann kommen wir schnell zum nächsten Schritt. Dieser ist der Austausch mit anderen Otakus. Alleine macht ja alles nur halb so viel Spaß. Der Grund, warum dein Leben so scheiße ist. Ach, sei leise. Also trefft euch einfach mit euren Anime-begeisterten Freunden und redet über... Ja, was man halt so redet, oder? Hey du. Ja? Sag mir, was ist dein Lieblingsanime? Äh, Avatar und Herr der Elemente. Das ist doch kein Anime. Das ist eine amerikanische Zeichentrickserie. Was bist du denn für einer, du Tepp? Oh man. Ich denke, wir machen lieber weiter. Schritt 3 ist das Sammeln von Fanartikel. Da gibt es so einiges, was man sammeln könnte. Da gibt es Mangas, Schwerter, Halo Phantom. Was? Halo ist doch ein Ego-Shooter. Sag mal, hast du gelitten, oder was? Nicht schlecht. Nun sind wir fast fertig, aber eine ganz wichtige Sache fehlt dann noch. Die YouTuber, die man lieben sollte, wenn man Otaku-Fan ist. So, YouTube-Anime. So, wer hat denn jetzt hier alles was mit Animes gemacht? Mal alle Fenster öffnen. Warum ich das Ganze mache? Das sind alles YouTuber, die etwas über Animes gemacht haben. Und als wahre Otaku musst du sie auch abonnieren. Verstanden? Das war doch kein Joke, das versteht ihr doch, oder? Nein? Gut, dann kommen wir nun wie immer zur Erkenntnis. Ich persönlich finde es total toll, wenn man sich für eine Sache so begeistern kann. Allerdings sollte man schauen, dass es nicht ins Extreme reingeht. Nur weil etwas aus Japan kommt, muss es nicht gleichzeitig total gut sein. Generell kann man das Ganze nicht nur auf Otaku beziehen, sondern auf jede Fangemeinde. Also auch hier auf YouTube. Jo Leute, mein Name ist Thien. Vielen Dank an Seho, dass ich mal in einem seiner Videos mitmachen durfte. Falls ihr mich unlustig fandet, auf meinem Kanal mache ich noch unlustigere Videos. Schaut einfach mal vorbei, falls es euch interessiert. Ansonsten habe ich mit Seho auf meinem Kanal auch noch zusammen ein Video gedreht. Schaut einfach mal vorbei und checkt das ab. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Was geht ab, ihr Liede? Seos hier. Und ja, checkt auf alle Fälle mal hier ins Kanal aus. Ist echt total cool, dass du mitgemacht hast. Freut mich total, Junge. Und die Links dazu sind auch in der Beschreibung. Weiter teilt das Seoliede und lasst mir auf alle Fälle eine Bewertung da. Würde mich echt freuen. Schaffen wir wie immer die 1000 Likes. Wäre geil. Und ein Kommentar. Das wäre immer gut. Fürs nächste Tag in den Comments und so weiter. Ansonsten war es dann für mich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder. Ciao. Bis zum neuen Video.